Meine Damen und Herren, die beiden Publizisten Thea Dorn und Manfred Osten sind diese Woche Donnerstag am 28. März abends um 20 Uhr bei uns im Trifolien-Echner zu Gast im Rahmen unserer diesjährigen Trifolien-Horizont-Reihe mit dem Jahresthema Freiheit. Das Motto des Abends lautet, wir sind so frei. Ist es legitim und sinnvoll, dass Gesellschaften in ihrem eigenen Lande ihre eigenen kulturellen Besonderheiten artikulieren und auch dazu stehen dürfen, zum Beispiel auch um Menschen, die als Neubürger oder als Flüchtlinge zu uns kommen, kulturellen Halt und Orientierung zu ihrem neuen Umfeld zu geben? Thea Dorn und Manfred Osten diskutieren über unsere Freiheit in Zeiten von Zuwanderung und Entfremdung im eigenen Land, auch ein Stück weit patriotisch sein zu dürfen, ohne dass es direkt mit Nationalismus oder Rassismus gleichgestellt wird. Diskutieren Sie mit uns, kommen Sie am Donnerstag zu uns nach Echternach. Wir würden uns freuen. Untertitelung des ZDF, 2020